Hallo zusammen, Thomas hier. Heute geht es um die beste Kamera 2022, 2023 oder besser gesagt um die besten Kameras des letzten Jahres bis heute. Mir geht es aber nicht darum, was die Hochglanzinformationen der Hersteller anbelangt. Mir geht es auch nicht um die technischen Eigenschaften, die uns von den Marketingabteilungen jedes Mal mit neuen Kameras vorgeführt werden und als das Bestmögliche dargestellt werden. Und mir geht es auch nicht darum, was bei den meisten Reviews, bei den meisten Tests in den Vordergrund gestellt wird. Mir geht es nicht um diese vielen tollen neuen technischen Eigenschaften. Mir geht es um eine technische Eigenschaft. Mir geht es heute darum, was sind die besten Kameras im Hinblick auf eine ganz, ganz wichtige technische Eigenschaft, die zwar von den Herstellern auch im Rahmen ihrer Marketingtexte und Darstellungen genutzt wird, aber so richtig verraten tun Sie uns das nicht. Heute geht es um die besten Kameras bezogen auf den Dynamikumfang. Der Dynamikumfang ist unverändert beim Fotografieren und beim Filmen eines der wichtigsten technischen oder eine der wichtigsten technischen Eigenschaften. Was ist der Dynamikumfang? Anders ausgedrückt sagt man auch Kontrastwertumfang. Mit dem Dynamikumfang bekommen wir eine Information darüber, wie viel Tonwerte, nein, wie viel Lichtwerte eine Kamera, ein Sensor darstellen kann. Von den ganz dunklen Tonwerten bis hin zu ganz hellen Werten. Und je größer der Dynamikumfang ist, umso mehr Informationen kann uns der Sensor anzeigen, weil er sie besser verarbeiten kann, von noch dunkler bis noch heller. Und je größer dieser Wert ist, umso besser ist das zum Fotografieren und zum Filmen. Mein Urerlebnis, was der Dynamikumfang ausmachen kann, war der Umstieg von meiner ersten, na ich sage mal Profikamera, der Nikon D2X, zu der danach von mir erworbenen und dann lange Zeit im Gebrauch befindlichen D800. Und da gucken wir uns gerade mal an, was für einen Unterschied gibt es denn in Bezug auf den Dynamikumfang erstmal dieser beiden Kameras. Ich habe uns schon mal den Dynamikumfang und auch den Verlauf des Dynamikumfangs über die verschiedenen ISO-Werte, die die Kamera darstellen und auch nutzen konnte, eingezeichnet. Der maximale Dynamikumfang beim ISO-Wert 100, dem nativen ISO-Wert dieser Kamera, lag bei fast exakt 8. Also die Nikon D2X war bzw. ist in der Lage, maximal 8 Lichtwerte zu verarbeiten, darzustellen. Wenn wir den ISO-Wert von 100 nehmen, wenn wir mit höheren ISO-Werten arbeiten, sehen wir, geht der Dynamikumfang mehr oder weniger schnell zurück, wird geringer. Jetzt gucken wir uns mal dazu die D800 an. Als ich mir die D800 gekauft hatte, hatte ich nämlich erstmal ein Problem. Ich konnte plötzlich nicht mehr richtig die Lichtwerte, das Spiel zwischen Belichtung und zwischen Blende einstellen. Da habe ich sehr oft daneben gelegen. Das sind ja beides Spiegelreflexkameras und beide Kameras hatten noch kein Live-View, wie wir das heute bei den Spiegellosen hatten. Also hat man sich dann eingeschossen auf die Fähigkeit der Kamera. Irgendwann wusste man das einigermaßen und hat dann die Kamera so eingestellt, wie man meinte, dass es von der Belichtungssituation her passt. Und hat es am Ende natürlich, dann hat man jede Aufnahme nochmal anhand des Histogramms bewertet, ob man denn da jetzt auch einen Treffer gelandet hat oder ob man komplett falsch lag, um im schlimmsten Fall oder am besten im einfachsten Fall die Aufnahme nochmal zu wiederholen. Und das war mein Problem mit der D800, denn die D800 hat einen wahnsinnig großen Dynamikumfang im Vergleich zu der D2X. Und wenn wir uns hier auch den nativen ISO-Wert angucken von oder bei ISO 100, dann sehen wir, dass wir von fast 8 auf 11,45 einen Zuwachs an Dynamik haben, die der Sensor liefern kann von gut 3,5 Lichtwerten. Und das ist unfassbar viel und ich habe mich am Anfang gefragt, warum kannst du mit dieser Kamera die Belichtung nicht richtig einstellen. Und wenn wir uns jetzt die Marketingversprechen der Hersteller mal ganz kurz angucken, ich habe mal rausgesucht, das was uns momentan Canon erzählen möchte zu seiner neuen R8, die ja demnächst auf den Markt kommt, die jetzt vor kurzem vorgestellt wurde und auch zu dem Nikon Flaggschiff der Z9, dann gucken wir uns mal gerade an, welche Informationen liefert uns denn der Hersteller oder liefern uns die Hersteller zum Dynamikumfang. Gucken wir uns die Seite an, auf der uns Canon die neue R8 vorstellt. Und das stellt Canon einige Eigenschaften ganz besonders heraus, die diese Kamera besonders gut und noch besser als alle ähnlichen vor ihr macht. Das ist einmal die Bildqualität, was immer das auch sein mag. Die modernen Videofunktionen, Features auf einem hohen Niveau, intelligent, aber leicht und einfach zu bedienen, das Bedienkonzept. Natürlich, wie das heute nicht fehlen darf, die intelligente Fokussierung und dass die Kamera sich auch nahtlos mit diversen anderen Geräten verbinden lässt. Und wenn wir jetzt mal auf dieser Seite suchen, ob wir da auch eine Information zum Dynamikumfang bekommen, dann bekommen wir relativ diffuse Informationen mit einem größeren Dynamikumfang, was immer da jetzt auch der größere Dynamikumfang sein mag. Gucken wir nochmal weiter durch, dann gibt es hier weitere Informationen, dass wir bei Video auch natürlich jetzt einen höheren Dynamikumfang haben, den wir besser nutzen können, was immer auch dieser Dynamikumfang zu sein mag. Wir bekommen weitergehende Informationen, aber da steht immer nur Dynamikumfang, Dynamikumfang, aber da steht nicht, welcher Dynamikumfang. Wir bekommen ja wirklich auch mit den technischen Datenblättern haufenweise technische Informationen, aber die meisten Hersteller bleiben uns den Dynamikumfang ihrer Kameras schuldig. Manchmal findet man auch sehr hochtrabende Werte, die aber ansonsten nicht weiter belegt werden. Dann gucken wir uns das Ganze mal für die Nikon Z9 an, die ja schon ein paar Tage auf dem Markt ist. Die Cookie-Einstellung können wir jetzt erstmal ablehnen und dann suchen wir auch hier nach dem Dynamikumfang. Taucht wo zum ersten Mal auf? Sehe ich jetzt gerade nicht. Dann machen wir das mal so. Der Dynamikumfang in Fotos und Filmen ist atemberaubend, also ganz grandios. Und ich kann es aber jetzt gerne schon mal vorwegnehmen, die Nikon Z9 hat einen geringeren Dynamikumfang als die D850, die letzte Spiegelreflexkamera. Die hatte nämlich den bisher größten Dynamikumfang aller Nikon Kameras. Also atemberaubend ist dann vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Und wenn wir uns weiter angucken, werdet ihr sehen, dann finden wir keine weitergehenden konkreten Informationen zum Dynamikumfang. Nämlich nur diese eine Stelle. Kommen wir also jetzt mal zum Ergebnis. Was sind denn jetzt in Bezug auf den Dynamikumfang die derzeit besten Kameras, die man sich, wenn man möchte, kaufen kann? Und ich habe mal auf Basis der Seite Photons to Photos, ich blende euch gerade mal ein, den Link, beziehungsweise wie die in der Einstiegsseite aussieht. Diese Seite ist eine, wie ich finde, sehr gute und sehr verlässliche Quelle. Vor allen Dingen bietet sie uns gegenüber dem, was uns die Hersteller hier relativ diffus erzählen, auch verlässliche Messmethoden, die man abfragen kann bei dem Betreiber der Seite. Und er misst alle Kameras immer nach dem gleichen Prinzip, sodass die Werte, die wir bei Photons to Photos bekommen, auch in Bezug auf den Dynamikumfang, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit absolut korrekt vergleichbar sind. Und das ist ja das, worauf es ankommt. Vielleicht auch bei eurer nächsten Kaufentscheidung. Jetzt gucken wir uns erstmal die Tabelle an, die ich zusammengestellt habe, auf Basis der Informationen von Photon to Photos. Und danach ist, wie könnte es anders sein, erwartungsgemäß eine Mittelformat-Kamera. Die Kamera mit dem besten Dynamikumfang. Und das ist derzeit immer noch wohl die Phase 1 IQ4 mit einem Dynamikumfang von 13,33 Lichtwerten. Phase 1 selber spricht auf seiner Seite von 15. Und da ist dann wieder die Frage, wie hat das Phase 1 gemessen? Wenn denn überhaupt ein Hersteller sich diesbezüglich überhaupt schon mal äußert. Die nächste ist eine Hasselblatt-Kamera, auch mit einer sehr hohen Sensorauflösung von in dem Fall 100 Megapixeln. Die Kamera hat einen Dynamikumfang von 12,89. Ich lese jetzt nicht die ganze Tabelle vor, ihr könnt euch die in aller Ruhe angucken. Ich habe euch ganz bewusst auch nochmal den Pixelabstand dazu geschrieben, damit man nämlich auch sehen kann, dass nicht alleine der Pixelabstand oder die Größe der Pixel den Dynamikumfang ausmachen. Gerade bei den digitalen Mittelformat-Kameras haben wir eher einen etwas kleineren Pixelabstand. Und trotzdem haben wir bei diesen Kameras zum Teil den höchsten Dynamikumfang. Und das Ganze geht weiter dann zu den Vollformat-Kameras wie der Canon R3, die wohl von allen bisher bei Photons-to-Photos getesteten Kameras den höchsten Dynamikumfang aller Kleinbild-Kameras oder Vollformat-Kameras hat, mit einem Dynamikumfang von knapp 12. Und das Ganze geht dann runter, bis zu der allerdings auch schon aus dem Jahr 2016 stammenden Lumix GX80 mit einem Dynamikumfang von 9,78. Ich habe also von jedem Hersteller hier die Kamera rausgesucht, mit dem im Vergleich zu allen anderen Kameras dieses Herstellers, mit dem jeweils höchsten Dynamikumfang. Und wir sehen, da ist auch von den Kameras oder zwischen den Kameras durchaus ein gewisser Spielraum. Und das Entscheidende ist, dass ich, und das nehme ich gerne vorweg, das könnt ihr euch auf der Seite gerne auch genauer angucken, dass, und deswegen werben wahrscheinlich die Kamerahersteller auch gar nicht mit dieser, wie ich finde, sehr wichtigen Information des Dynamikumfangs, der hat sich nämlich in den letzten plus minus 10 Jahren nicht wirklich großartig geändert. Offensichtlich sind entweder die Sensoren dahingehend, ausgereizt, oder die Kamerahersteller haben gar kein Interesse daran, auch den Dynamikumfang ihrer Sensoren zu verbessern. Ganz einfach, weil das möglicherweise nicht so werbewirksam ist, wie ein noch schnellerer AF, noch mehr Motiverkennung, was ja momentan ziemlich hip ist. Bei den neuesten Kameras haben wir jetzt auch spezielle Motiverkennungen auf Basis von KI, und KI ist ja sowieso der letzte heiße Scheiß, und ähnliche Dinge. Da fällt dann dieser sehr konservative, aber unverändert extrem wichtige Wert für uns Fotografen, Dynamikumfang, fällt da dann ganz gerne mal unter den Tisch. Und jetzt gucken wir uns noch ergänzend und abschließend an, wie ist denn der Verlauf des Dynamikumfangs dieser Kameras im Vergleich, wenn wir uns die immer höher werdenden oder ansteigenden ISO-Werte angucken. Denn wir haben das ja eben schon bei den beiden Kameras, der D2X und D800 gesehen. Je höher der ISO-Wert ist, umso schneller und umso stärker sinkt der Dynamikumfang. Und der Dynamikumfang, das habe ich eben noch nicht erwähnt, ist natürlich auch ganz wichtig, wenn wir sehr kontrastreiche Szenen fotografieren, sind wir damit in der Lage, mit einem Foto diesen großen, mehr oder weniger großen Lichtwertumfang, den wir vielleicht in der Szene finden, einzufangen. Oder müssen wir möglicherweise eine Belichtungsreihe machen? Eine Belichtungsreihe ist überhaupt kein Problem technisch mit den heutigen Kameras, aber birgt auch wieder Probleme. Wenn wir Bewegung einfangen wollen, dann wird das mit HDR durchaus schon mal eine große Herausforderung. Und wir können auch mit Filtern arbeiten, um die hellen Partien stärker abzudunkeln, mit einem Grau-Verlaufsfilter beispielsweise. Aber das macht das Handling der Kamera auch schon wieder ein bisschen problematisch. Deswegen ist also der Dynamikumfang, wie ich finde, gerade für uns Fotografen, aber auch für uns Videofilmer, ein sehr, sehr wichtiger Wert, den ich durchaus auch beim Kauf einer Kamera in Betracht ziehe. Es muss dann zwar nicht der allerbeste sein, aber ich weiß dann auf jeden Fall, was kann ich von dieser Kamera erwarten und bin danach nicht überrascht, dass sie vielleicht gar nicht den Dynamikumfang liefert, den ich mir gewünscht hätte. Und jetzt gucken wir uns einfach nochmal in aller Kürze die Verläufe an. Da schauen wir uns auch den Verlauf in der Reihenfolge an, wie ich die Tabelle aufgebaut habe, entsprechend des Dynamikumfangs mit der Kamera mit dem höchsten bis zu der Kamera mit dem geringsten Dynamikumfang. Wir fangen an mit auch wieder der Phase One IQ. Da sehen wir, dass die so einen treppenartigen Verlauf hat, dass sie also relativ stabil ist in einem gewissen ISO-Bereich, bevor er dann sehr stark abfällt, teilweise um über einen Lichtwert zu dem nächsten ISO-Bereich. Wenn wir die nächste Kamera hinzunehmen, das wäre dann die Hasselblatt H6D 100C. Die hat einen sehr linearen Verlauf, den wir auch bei den anderen Kameras gleich im Wesentlichen sehen werden. und sie liegt da, m auf weniger, schon deutlich drunter, in allen ISO-Wertbereichen. Die nächste Kamera ist die Fuji GFX 100S. Die ist also sehr nah an der Hasselblatt. Allerdings hat sie dann bei dem ISO-Wert von, glaube ich, 640 oder 500, hat sie dann nochmal einen Peak und dann geht das Ganze linear runter und geht am Ende beim sehr hohen ISO-Wert von 12.800 auf einen Dynamikumfang von etwas über 6. Von ursprünglich über 12 auf 6, also der halbiert sich. Das ist also eine ganze Menge. Und die letzte Mittelformatkamera, die ich mit einbezogen habe, ist die Pentax 645Z. Die liegt noch ein bisschen drunter unter den anderen beiden Kameras, die unter der Hasselblatt liegen. Dann gucken wir uns mal die anderen Kameras, die Kleinbildkameras an und dann auch noch zwei MFT-Kameras, die Olympus und die Lumix. Da sehen wir zunächst die Canon R3 mit einem, wie ich finde, sehr interessanten Verlauf. Der ist gar nicht so ganz linear. Und das ist ja die Kleinbildkamera mit dem höchsten Dynamikumfang. Die anderen klicke ich jetzt einfach nur mal so nach und nach dazu. Dann haben wir als Nächste, haben wir die Leica M11. Dann kommt die Sony A7 III, die im Übrigen auch schon relativ alt ist. Die stammt aus dem Jahre 2013 und hat im Vergleich zu allen verfügbaren und bisher von Sony produzierten Kleinbildkameras den höchsten Dynamikumfang. Allerdings, das ergänzt, wenn ihr euch das selber mal angucken wollt, für Sony Kameras. Die Sony Kameras liegen alle seit der A7 III sehr, sehr nah beieinander. Die 7R Mark IV ist nahezu identisch oder ist identisch im Dynamikumfang und auch die anderen Kameras liegen da alle gleich auf. Das gilt im Übrigen für die anderen Hersteller auch. Ab einem gewissen Punkt sind die dann, also Zeitpunkt der Kameras, die sie auf den Markt gebracht haben, sind sie dann irgendwann sehr, sehr ähnlich. Die nächste Kamera ist dann die schon angesprochene Nikon D850. Es folgt die aktuelle Lumix S5, es folgt die Sigma Kamera, die Sigma FPL und dann die aktuelle Fuji X-H2 und abschließend noch die beiden Micro Four Thirds Kameras, die Olympus, die im Übrigen ganz nah ist oder sogar ein bisschen besser ist als die APS-C Kamera, die aktuelle von Fuji, wie wir das sehen können. Das sind jetzt nur Nuancen, das wird sicherlich bei der täglichen Arbeit keinen großen Unterschied machen, aber immerhin, der Sensor ist da, wird da möglicherweise ein bisschen besser ausgereizt. Und am Ende die Lumix GX80, das ist die beste aller Micro Four Thirds Kameras von Panasonic, was den Dynamikumfang, den besten Dynamikumfangwert bei ihrem nativen ISO-Wert anbelangt und dann auch den entsprechenden Verlauf. Was wir allerdings auch sehen können, ist, dass bei einem ISO-Wert, in dem Fall hier von 125, sind die meisten Kameras sehr nah beieinander und danach geht das Ganze wieder ein bisschen auseinander. Wir sehen also, dass die Kameras, die Sensoren besser gesagt, durchaus auch teilweise unterschiedliche Charakteristiken beim Verlauf des Dynamikumfangs zu den immer höheren ISO-Werten haben. Wir sehen zugleich, dass sie, das kann man natürlich jetzt so oder so sehen, durchaus entweder relativ nah beieinander sind, aber es gibt da durchaus schon noch Unterschiede. Von der Canon R3 mit einem maximalen Dynamikumfang von fast 12 Lichtwerten bis hin zur, und das ist ja fast das Schlusslicht, wenn man die jetzt alle direkt miteinander vergleicht, zur aktuellen Fujifilm X-H2 mit knapp 11 Lichtwerten. Oder 10,5, glaube ich, sind es. Maximaler Wert. Und deswegen ist es auch wichtig, wie ich finde, bei dem Kauf, vor dem Erwerb einer Kamera, sich durchaus auch mal mit dem Dynamikumfang zu beschäftigen. Denn je nachdem, was ihr fotografiert, kann das mehr oder weniger entscheidend sein. Wenn man immer nur unter kontrollierten Bedingungen fotografiert im Studio und das Licht komplett setzen kann, dann ist der Dynamikumfang der Kamera vielleicht gar nicht ganz so wichtig. Aber für Menschen wie mich, die überwiegend auch draußen fotografieren und die Lichtverhältnisse nur sehr bedingt beeinflussen können, nämlich dahingehend, dass ich entscheide, wann ich irgendwo fotografiere, Landschaftsfotografie, Reisefotografie, vielleicht auch durchaus Architekturfotografie, wenn ich denn draußen Architektur fotografiere, da kann sich der Dynamikumfang der Kamera bzw. Sensors durchaus vorteilhaft oder negativ bemerkbar machen, indem ich nämlich unter Umständen darauf verzichten kann, eine Belichtungsreihe zu fotografieren. Und je nachdem, was und wie ihr fotografiert, meine Empfehlung bezieht durchaus bei der Kaufentscheidung auch ein, welches ist die beste Kamera, die ihr auf dem Markt finden könnt, für eure Ansprüche auch im Hinblick auf den Dynamikumfang.